Der letzte hätte der höher gerollt, wäre der platt gewesen. Dann hätten wir uns gegenseitig abgeschossen. So, das Stream läuft jetzt. Hat 300 Sekunden Delay. Warte, ich habe mich noch nicht gekämmt. User, join your channel. Euch sieht man ja zum Glück nicht. Ausgezeichnet. Ich bin mal kurz auf Kark. Können schon mal starten. Hört man uns etwa? Ja. Oder? Ja, ich glaube. Warte, sag mal etwas, Bernd. Was soll ich denn sagen? Hat ausgelöst, man hört euch. Oh, warte. So, was machen wir denn so schönes an? Da. Meckert Daniel wieder, das ist so komische Musik. Also entweder du spielst jetzt easy to easy, zum Beispiel Highway to Hell. Sehr passende Musikspiele. Denn dann hältst du. Also, wenn denn einer... Oder Pinball Wizard, was er für 5 Minuten getan hat. Was habe ich für 5 Minuten getan? Nein. Also ab jetzt so unverschämt. Aus dem Code raus. Genau, der fehlt auch noch. So, nicht, dass ich aber wieder Bunt meckert. Er hat gerade gemeckert. Du spät. Du spät. Obwohl, eigentlich hat Christian auch nicht was. Mir wäre das auch noch eingefallen. Bist du ja eingepackt? Ja, mit Tone. 20.000 gewinnen, das war wirklich wenig. Einfach diesmal als zweitesten Code. User was kicked out of your town. User joined your town. Alter, kann doch noch nicht wahr sein, du. Wenn er mich kriegt, holt er mich wieder rein. Glaubt mir, ich komme nicht alleine. Ich tue dann eine Artillerie rein und dann lasse ich ihn kriegen. Am anderen Ende des Stricks. Ach, dann aber schockt rein. Ah, stirb, stirb. Siehst du, jetzt wissen die alle, dass sie in den Fernsehen kommen, da kommen sie nicht mit. Ach, das. Alter, wer frisst denn hier im Wesenspiel? Dachrinne. Ja, Dachwaffe. Okay, ein GF mit hier oben, mit dem Type 950. Der andere GF unten zum spotten. Hier ist rein, unten erst mal rein. Die beiden Löwen außen lang krabbeln hier in dem Bereich. Sofort gehen wir in die Mitte. Danke. Pulle, 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 pulle. Fahrt mehr durch die Mitte. Ach, hast du nur ein GF 3, oder was? Keinen Löwen oder kein CT30? Ne. Oh, Mann. Brauche ich nicht. Das ist ärgerlich für dich. Ich habe nur zwei Medis. Pfff. Warte ja drauf, vielleicht kommt ja der Defender nochmal in diesen Angeboten, dann sei es drauf. Ich hoffe. Ich bin auch. Weiter, 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 bleib da nicht stehen. Stefan, du musst erstmal da hochfahren und zum spotten. Ja. Ich muss gucken, was auf die Nummer reinge kommt. Ob da noch eine Batchett ist, ist das völlig... Ja, ist ideal. Gut. Nicht anlegen mit dem WZ, noch nicht anlegen. Ich bin auch da unten. So ein Defender für Arme halt. Wir gehen jetzt auf den Girlfriend. Ich bin schon dabei. Oh, da. Ja, kippen wir um. Kippen wir um. Scheiße, er kippt mich um. Oh, die ist drei fahren links. So, hier haben wir ein BZ. Die Batchett ist weg hier unten. Also, wir sollen los. So, Batchett. Ihr habt alles offen. Das heißt, Girlfriend durch, Defender da unten zum Objekt, sofort. Defender quer rüberschießen, die Löwen ab zurück zum Kettbesitz. Wir haben jetzt weiß, Grafio ist nicht offen. Ja, weiß ich. Deswegen die Truppe runter zum Objekt. Die Truppe runter zum Objekt. Ja, guck, Kette wiederholen und dann runter. Pog drauf mit der WZ laufen. Und ihr drückt jetzt. Munchkin drückt, Pog drücken. Jetzt. Boah. Unter von dem Hügel. Akko drücken mit Munchkin. Nu ist das ganz alleine. Na. Stoppings. Wart weiter mit euren Objekten. Damit ihr den Skorpions aus dem Weg geht. Da wo Agro ist, können die Skorpions euch nicht treffen. Und feuert auf das Objekt 262. Los, das muss schneller gehen. Objekt muss raus. Boku fährt weiter Richtung Skorpion. Gut. Munchkin, du bist schon mal oben. Support bei dem anderen Defender. Ja. Agro hinter Pok. Skorpion rausnehmen. Den kann ich nochmal hier rauskriegen, wenn ich doze. Sollst du nicht. Das gleich durch. Das gleich durchsperren, damit du Skorpion noch ein bisschen beschäftigen kannst. Aber ich sag dir, ich werde jetzt durchfahren, bitte. Und Agro geht. Der guckt zu dir. Dann. Er kannste kurz warten und weiter. Jetzt kannste weiter. Agro. Gas, 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 Gas. Der kommt zu. Wenn ich die hinter dir ist, da ist alles gekettet. Der nächste kommt. Löwen weiter Support in die Mitte. In der Fall. Dann, Kant, Gas. Okay, Pok, Agro, Bernd ab ins Cap. Pok vielleicht nochmal aus dem Cap rausschießen in die Mitte rein. Agro. Dankeschön. Super. Ohne viel Komplikation. Wie geht's in Loli? Aber ich hab Unterzucker. Hey, spielst du deswegen so gut? Halt die Fresse. Doch, doch, das müsste Gott des Tages haben. Der sieht auch lustig aus. Aber. Boah, echt hartig, ey. Hey, komm, wer so ne Vorlage... Wer so ne Vorlage... Das musst du... Das siehst du selbst ein, oder? Wenn meine Freundin immer sagt, ich möchte was Süßes nach, ja, ist klar. Das lässt sich drüber reden, witzigst du ein Schnuller. Kuh oder Schlagzeile. Ja, ja, schick. Ja. War richtig plus, ja? Äh, Daniel, du gehst kurz hoch und sagst denen, die können Killer Kitty auch mitnehmen. Die warten gleich sozusagen auf Platz. Ja, ich hätte nicht gern gleich hier rein, weil ich muss nicht gleich gehen. Oder das. Mieze kann hier rein. Oh, das ist schon wieder, oder was? Mein Mann. Ja, oh, darf ich nicht sagen, das sagt Herrmann gleich wieder. Und dann ist das Krieg wieder in einem Deckel. Herrmann kann ja kein Geheimnis für sich behalten. Was? Da petzt der? Äh. Warum darf ein Killer Kitty noch nicht rein? Der ist hochgegangen. Oh, die darf nicht rein, weil... Oh, 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 oh. Dann spricht die mit mir. Der Herrmann hat mir alles erzählt. Alles. Größer Daniel. So, jetzt ist Herrmann wieder rot geworden. Nö. Oh, du bist jetzt schon wieder. Ich hab schon... Ich hab schon... Ich hab schon... Fast ein Liter Bier weggegangen. Du musst du überpassen, wenn... Wenn Kröcker kommt, die ist so blau. Ey, das ist Bier. Nicht andere. Außer wenn du wollte ihren Set schon nicht sagen. Magst du was? Wo sind Vize Nummer zwei? So, ja, ich komme mit dem Sprüchen zu machen, oder? Wo sitzt in seinem eigenen Channel. Auch nicht schlecht. Ey, ey, ey. Ähm. Jeder macht mal hier von den Scout die Schärde runter. Der andere Scout kommt mit raus. Die beiden Löwen drücken mit nach außen. Die Objekte hier vorne ran. Mit denen ihr es rein. Schießt hier in den Bereich rein. Ich fahre in die Mitte. Löwen? Wo gehen die hin? Nach außen. Achter, neuner war ja. Braucht ein bisschen Stahl da. Anderjahrs. Oh pffa. Ich fahre mit nach außen. Wo werde ich den Spot hier in der Mitte, dass die... dass die... Heavys gleich quer schießen können. Von der Erste. Dann. Ihr seht, was da passiert. Löwen, Gas geben auf die Leits. Die kommen gleich wieder zurück. Das heißt, unsere Truppe muss hier ein bisschen Feuer aufnehmen. Da aufgehen. Die Leits fahren ab. Unser Leit der außen ist. Bitte Gas, 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 Gas. Ja, so. Abgeprallt auch nicht. Ich weiß nicht, Paul Oroch. Mach immer ne Kerle. Guckt mal ne Mitte. Löwen gehen ins Gegner-Cab. Meine Objekte Defender. Ich weiß nicht, warum hier ein Defender rechnet. Ich dachte wahrscheinlich, dass er ein Löwe ist. Verkappter Löwe. Rundschuld. Wir füllen auf den WZ. Wir treten raus. Jetzt noch Treffen. Ja, meine Fresse. Dings von uns. So, dann wollen wir Artig-Schlagnetten reinmachen bei den drei Stück da. Warte. Artig-Schlagnetten raus. Weil wir hier nicht komplett zusammenstehen. Jetzt guckt, dass er den Arm-X rauskriegt. Erst muss er One-Shot. Danach geht er geschlossen hier oben auf die zwei. Der Arm-X raus. Und dann geschlossen auf die zwei hier oben raus. Und die raus. Dann taue noch mal links ab. Jawohl. Der Pursing ist auch aus dem Spiel. Der kann euch nicht beschäftigen. Der BZ ist auch aus dem Spiel. Jetzt geht er geschlossen auf die T625. Full-AP vor. Was noch full ist. Pog. Fennec ist voll. Fennec ist voll. Manchkin hält sich noch ein bisschen zurück. Gackerel ist zurück. Pog langsamer. Dreh komplett um. Dreh komplett um. Um die BZ zu kraschen. Boah. Er geht trotzdem weiter. Er hört nicht auf mich. Okay, geht auf den Pursing. Und dann nehmen wir Sett. Werft die Steiner noch. Dass er nicht da raus geht. Vielleicht geht er jetzt raus. Guckt das in Bounce an. Dann kriegst Steiner. Ach, schade. Ja, aber irgendwie funktioniert hier mein Paddel. Und begrennt es nicht. Dein was? Dein Paddel heißt das. Selbst im Großen. Ist aus dem Paddel so ein bisschen bra... Du Ratte. Du Ratte. Ach Mensch. Der hat mir den Groove versaut. Du hast den Groove gehabt? Er hat sich doch vorgestellt, damit ich nicht schießen kann. Die Ratte. Ja, du hättest eh verschossen, oder? Nein! Nein! Du hast mich getroffen, nicht ein Lechner. Also verschossen. Kann ich mal auf dem WC-Tronner 32 wechseln? Ich brauche dann noch 5.000, 6.000 Erfahrungspunkte. Was ist denn das, Nebby? Nein. Na, der ist eigentlich gar nicht schön. Na, dann nimm. Und dann nimm die noch. Wenn du die gleiche Gattung wechselst, ist das kein Problem. Hau doch bei Andreas, weil der kann ja beides nicht fahren. Immer der Richtige, du. Na, ich kann auch beides nicht fahren. Ja, deswegen ist es bei dir ja egal. Super schön, der hat nichts davon. Oh, die Tour, der und die Tochter fährt. Ist ja heute schon mal ein Penner gewesen. Na klar, na klar. Jeden Tag ein Asi aufstehen. Er ist der Erste. Mann, Mann, Mann. Aber die Reden haben wir ja gerade kaputt. Man mischt, die macht außer Eingekaufen. Hab ich gemacht, hab wohl zu Hause, oder? Prischt, auf der Couch, Spinnenhund. Du Sauer. Lachen. Eier machen. Okay, also, die Light. Ich brauche einen First-Bot hier. Ich brauche einen First-Bot hier. Die Seite lassen wir komplett ignorieren wir erstmal. Wir gehen mit unseren kompletten Heavys hier in den Bereich und drücken mit den schnellen Fahrzeugen. Oh, wir haben keine. Eier ist drei. Gleiche vorne mit ran. An die Kante. Wer fährt ruf? Fett. Defender bleiben, wer ist hier. Die einen geht zwei hin. Wo bleiben die Defender? Defender ein bisschen weiter oben bleiben, dass die Objekte mit nachziehen können. Defender hätte ich gerne. Das ist ja vom Prinzip halt genau das selbe. Ich teile euch bloß ein bisschen ein. Oh, jetzt hätte Martin ja gesagt, es ist nicht genau dasselbe, es ist genau das gleiche. Das ist sowohl als auch. Das ist ein Glück, ist er nicht da, wa? Sowohl als auch. Als wie auch. So was von nichts hier. Ich fahr weiter. Gut. Dann die Löwenaufstellung eben zum Base zu setzen. Sie können sich hier hinten mit hinstellen. Schön mit dem Türmchen spielen. Wolltet ihr mit euren Hühnern hauen? Ja. Fender bitte hinten bleiben. Die nehmen wir noch nicht offen. Wir haben vier, haben wir vier in der Base-Step. Das reicht erstmal. Objekte können nachher vorziehen, dass sie dann ein bisschen mehr Schussposition kriegen in dem Bereich. Versuchen dann aufzumachen, dass man auf den 50. Nein, nein. Defender soll ein Händler haben. Ja, das mein jetzt Sieg. Ich geh an der Ecke. Bleibst du hier? Ich leide. Bist du in der Ecke? Ja, natürlich. Mal die von 70. Guck, ich darf sagen. Ich könnte mich wieder einrenzen. Was ich da? Wollt'sch mir noch nicht schieben. Lass ihn kommen. Ich muss ja aufpassen, dass ich nicht versaufe. Oh, den ja auch. Ich schlag schon raus. Nee. Nein. Er ist zu schnell auf die Empfehlung. Jetzt hast du einen verbraten. Du kriegst die Kackflaume, du. Ja, ich hab ihn in den Braten gekratzt. Er hat noch einen verbraten. Ich krieg den nicht durch. Jetzt hast du nur mal Flömmchen gestreichelt. Ne. Noch mal aufgehen. Was war denn das bei dir, Daniel? Ey. Ja, ja. LTB. Da ich jetzt auch gesagt, zu Basti, wir waren ja noch im Channel. Irgendwer hat eigentlich gesagt, ich kann jetzt nicht mitverachten. Kick Tom und Lohwarner. Und Basti war im Channel. Nein, ich kann jetzt nicht mitfahren. Meine Frau ist wahrscheinlich dabei, den Muschinen zu rasieren. Und dann gleich. Basti, oh Gott, ich muss raus. Ich muss kotzen. Alter, bist du heterophoch? Okay, die Löwen, die Löwen, die Fender hier vorholen, um nach den Staaten zu gucken, dass wir die rauskriegen, dass Objekts dann schon bereit, mal das hier rüber drücken müssen. Wir hatten am Wasser schon einen... Bitte schieß nicht, Kerker. Bitte, jetzt macht er keine wilden Sachen. Bleib einfach da stehen, Gute. Hier steht der M1-Lachzeichen. Ja, weiß ich. Sehr schön. Ja, genau so wie wir auf anderen Seite. Ja klar, wir müssen jetzt gucken, dass wir langsam mit dem Sachen arbeiten. Sehr langsam. Denn der Mitte muss raus, das ist wichtig. Guck mal, du kannst doch schießen auf einen Girlfriend. Die beiden Löwen nicht drauf. Ja, mal leise, sonst fällt der Weg. Aber das war ein bisschen ungünstig, jetzt allein noch übrige Anweisungen rüber zu fahren, ja? Ich war auf... Na und? Da stehen ja auch keine Offizierungen. Das Haus fahren da? Ja. Stimmt. Na ne, ja. Mein Problem war, ich habe mich falsch in den Busch reingestellt. Okay. Deiner und Eich ein bisschen langsamer gucken. Ich habe mich nicht dran, ich sage, vor Vorfall? Nein, vorall dich vor, mach erstmal hier in der Mitte, krabbel dich doch hier durch, dass du den Girlfriend rauskriegst. Es ist am Wasser vorbei, denn... Deiner und Eich halten ein bisschen ruhiger, die Hand, und dann... auch mal... was soll ich haben? Ich weiß nicht, nicht mehr, oder? Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr... Dann machen wir's langsam raus. Wenn's nicht schief, wird es nicht so schlimm. Hört's nicht auf mich? Andreas, machen langsam. Wenn doch nicht, was? Mensch, du bist ja nicht unter Tage. Du bist schon unter Tage, ich brauchst ihn, wer so schnell sagt. Du solltest jetzt den Sprung machen. Hier ran. Hoch mit ran, fängt mit ran, das passt. Der Löwe hier mit ran, wenn's geht. Genau, Jens geht außen. Ja klar, haben sie noch. Die wurden schon gar verwarnt. Ja, der ist Schweine-Bulldog. Äh, Daniel, weißt du, wie die einiges 3 hast? Da ist sie. Oder ist das nicht unser ehemaliger Anwerber? Ja, 3-School. Was? Verräter. Ist der schon tot? Nee, der hab ich nicht gar kosten sehen. Deswegen hab ich den Namen. Hat der sich nicht mit E gespielt? Nee, das ist da so. Es hört 3. Wenn ich das hier muss, werden wir gleich auf die Möhlerei gepuscht. Meine Fresse. Naja. Der Wichser. Entschuldigung. Polnische Kinder. Ja, 2 rausnehmen, wir wollen uns erst. Komm, ihr habt noch 46 kunden töten sie. Komm, Machen weg. Oh, jetzt geht der noch kaputt. Erst Machen nehmen wir raus. Nimm mich als Deckung. Die anderen beiden nachrücken. Passiert zwar jetzt mehr raus, ja. Jens schießt, guck da. Marius Kostal. Also, aus der Distanz kurz sind die Finale vollkrieg. Du hast sie aber schwer gemacht. Du hast vorhin getoten, wenn du fliegt, dann kannst du nicht mehr so schnell fahren. Ich mir wurde gesagt, wenn er den, äh, wenn das Fadenkreuz ganz groß ist, dann trifft die Defender auf den Klammer. So, ich bin jetzt raus. Wieso? Weiß gar nicht. Also, geht das aber nicht. Ich bin kurz auf, so. Doch, ich auch. Alles klar, Tinker Winker. Tschöö. Juhu, tschau. Ja, tschau. Guck. Warte, hat er jetzt hier auch an seinen Magidruppen da einen Clan gefunden? Oh, was? Daniel, was soll ich sagen? So ist das mit den Hallefans, ja? Ich versuche gerade irgendwie... Was wir brauchen... Boah, ist jetzt ein... Ist da einer noch rein? Ja... Das ging auch nicht schnell. Habt ihr denn schon in? Ja. Leit Cocaine bug Boop! Will it be remembered Are they written on stone-roaring sand? Will it be remembered Kann man wieder grünen machen? Sind doch fast alle grün. Na ja mal. Kann ich mal wieder cutten oder was? Nein! Wenn man Bier geguckt hat und das erste Mal pissen geht, dann darfst du es dann ganz unabstellend. Also machen wir jetzt alle fünf Minuten Pause, weil du pissen musst mit einem Gefecht, wenn es sein muss. Stell dir da einen Eimer hin. Ich habe eben schon die Ehrenzeit ausgehalten, weil es wie mir die Nieren weht hat. Wenn du die Flasche leer hast, ist doch wieder Platz. Genau. Darfst du bloß nie verwechseln. Also mir hätte schon mal jemand für einen 24-Spiegel empfohlen, dass ich mir so eine Flasche, so eine Ente holen muss. Ja, da musst du die Kamera drauf richten. Gut! Also, ich hätte gerne IS-3. Mit zwei Objekte, U6U, plus einem Light, hier über den Gletscher. Ein Light fassen wir einmal hier an, dann hier an, dann nach da. Über Gletscher. Die anderen schweren Helvis ab Richtung Brücke. In den Bereich eincampen, Brücke Richtung Gucken. Während sie nur durchfahren, dann Richtung Mitte wieder. Okay. Streuwagen steht da oben. Hevy ist jetzt über die Brücke. Das ist warten, Puck, warte auf dir. Weit auseinander. Hevy ist über die Brücke, die anderen Gas geben auf die Landschaft. Die Formel zum Gletscher. Ausstelle zurück zur Base. Dump, ab zurück zur Base. Jo, Menschlein. So, ich fahr mal vor, lass Frau könnten. Das Gletscher muss richtig Gas geben. Sind dabei. Hevy ist an der Brücke jetzt, wenn zwei, dass wir gucken, dass wir das rauskriegen oder ausgearbeitet kriegen. Die Truppe. Ja, das mag ich jetzt ein bisschen. Dann, drehen wir um, Auschmittel, fahren mit Bärm, mache ich schon... Nee, wir müssen zurückfallen, Blätter. Wir müssen Cap Reset. Der Streetswagen muss jetzt fallen langsam. Der Streetswagen muss fallen, bleibt da oben und warten bis ich's Käpte fahre, nur Resetten. Schlüssel war ein Effekt. Wie kommen wir hoch und holen? Dann fahr halt da hoch. Das geht mir. Rausch, dann fährst du zurück runter und überlegen es da. Ja, abhauen, Zeit schiffen. Ganto muss reinfahren, muss ein Käpte reset machen. Ja, nachher. Die anderen beiden jetzt rein, los. Jetzt Käpte reset. Ja, das war's. Ich bin nicht mehr. Ja, das war's. Ich bin nicht mehr. Ja! Wir haben's halt gefahren. Du hast halt nur den Bulletin direkt durchgezogen, Daniel. Ja, okay. Dann ist das so. Dann ist das kacke. Dann können wir da nicht mehr lang fahren. Ja, zumindest nicht mit schnelleren Heavys machen. Wenn wir eine Lorraine haben, das kann ich dir auch geben, Daniel. Wenn wir eine Lorraine haben, das kann ich dir auch geben, Daniel. Was? Du hast eine Lorraine vorzustanden? Ja. Dann nimm die. Dann nimm die. Dann nimm die. Ja, die ist reinwärts hoch. Was? Haben wir die Schuhe? Ich wollte sie nicht aufwärts, die Tonne nehmen. Ich hab keinen. Das war's. Achso. Warum? Ich hab da ja. Du bist rein oder? Moment. Okay. Ich kann mal wechseln, wenn wir zwei Lorentz haben, gehe ich auf den Nester. Guti, ich brauche einen Spot hier von den Nights, einen Spot hier oben. Die Lorentz hier unten parken sofort ran ohne aufzugehen. Gut, mein Heavy ist hier oben in dem Bereich rein. Wo war der zweite Scout? Ja, da wollte ich dann mal eine Zeit ran. Freutschild für Gebäude in der Bässe. Hitler bitte durch. Okay. User left her channel. Jetzt wird es nicht mehr drauf. Guck mal. Ja, ich will noch nicht aufgehen. Ist nicht da oben. Warte, warte, warte. Du hast gesund mit den weichen Schuhen, ein tückchen weicher. Ich will noch nicht aufgehen, ich bin nicht da hoch. Ich will ihn ab! Abys nur anrücken, darfst nicht so viel machen. Der Bulldog ist blind wie den Nutter. Hier ist der Traum. Ich kann die Kunden bleiben. Autschmenow, fahr runter, die kommen zu dir. Fennek schon mal auf den Autschmenow, hauab, hauab. Heavy ist in die Mitte reingucken, dass sie die Medium supporten können. Zurückziehen, Fennek, zurückziehen, zurückziehen. Wir haben nicht genug Schuss, um alle auszuholen. Fasschmenow, pass auf. Halt, da weg, da weg, da weg. Den nächsten fange ich mir. Ich glaube, ich bin da nach Hause, ich bin grad richtig unkonzentriert. Na quatsch, das passiert nun mal! Ich hab dreimal an dem Schaltfeld die DB verwendet. Fender mit rüber, wenns geht. Wer ist denn das, wer ist der Name? Redo. Fasschmenow. Also ich hätte einen Ersatz, Daniel. Nein, das ist doch ein Defender, Moment, 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 ruhig mal. Jens, geh mal mit rüber, sofort wieder mal da. Wollen ein bisschen Masse, die Jungs. Ich hab noch zwölf Sekunden die Luft. Ich hab noch zwölf Sekunden die Luft. Sechs. Vorsicht, Skorpion! Vorsicht! 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 Dann schießt er von oben mit drin. Wir haben doch nichts verloren. algunos since als ich dich. Und erst an Seite. Die ganze Tage die Menschlichkeit. Kompatri, drück mal vor. Fahren, 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 drück vor, da zusammen ist ja, da verlieren wir schon lange. Entschuldigt. Machen wir noch mal einen Ersatz? Ja, wer geht jetzt raus? Deiner. Arbeit ruft. Bist du gerade auch noch rein, ich habe kallel Schnee, oder? Hallo? Das ist ein bloody Pleasure. Einer aus meiner Freundesliste. Hast du aber auch keine Freundin? Doch, der ist gestern bei Works rausgegangen. Und rächt sich auf, dass seine 4K 30 Daily W in Achtung hält. Ich bin wieder da, ich habe mir kurz was zu essen gemacht, ich habe heute fast noch gar nichts gegessen. Ja, dann weißt du woran es liegt, mit der Unkonzentration. Hat mir ja schon gesagt, er soll ja herkommen, Daniel. Ja, also, ich bin jetzt mal offline. Äh, wenn Basti gleich mal online kommt, dann komme ich eben ins Test. Oh, danke für die Ansage und dann wird dir keiner viel Glück. Daniel? Ich glaube, das war Daniel. Monster, bist du jetzt schon mit beim anderen Team? Nee. Dann wollen wir euch mitfahren, wenn ihr ihn auch braucht. Wir brauchen zwei. Ich kann mich einladen. Ja. Ich habe ja Lars auch in die Lade, aber der nimmt mich an! Na gut. Ähm. Ist Basti da? Nee. Oh. Wollen wir mal. Was braucht er? Seid! Nein. Ich bin da mal weggeschreibt, Basti an, er soll mich anschreiben, wenn er da ist, ne? Alles klar, was du zählern. Ja, bis, äh, wahrscheinlich mehr. Hm. User disconnected from your channel. Ja. 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 Und da hast du noch was anderes aus im HWK? Ja, ist der gut geskillt bei dir, oder? Jetzt nehmen wir IS-3 Ja, das sind gute IS-3 Die ist ja noch schlechter Spender, Böwe Kann euch alles anbieten, EKP Klar, EKP Mediums, EKP Heavies, Jagdpanzers Ja, nehmen Heavies Ja, WKs, was WKs macht Oh, E-Scout ist ein bisschen eng dran Ja, die können wechseln Die Loris kannst du auch als Light einsetzen Ich glaube, du kannst sowas als Light einsetzen, aber... Gucken die so weit Ich hab ne... Von den Heavies was schnelles, oder? Ja, klar, wie weit guckt denn dein WZ jetzt so? 461 Meter Meine Loris guckt 454 Meter Und ich hab noch keinen Weizsicht drauf 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 Ich hab mit dem Dörfer entrungen 470 Meter Und mein Göffel bräuch ich nicht nachgucken Der hat nur nur ein paar Crew In Five Sheets zu selten Ja, dann gehen wir los Haste dir angeguckt Daniel Haste dir angeguckt Daniel? Haste dir Nacht Fotos? Waaah, kenn ich doch was der gerade gepostet hat. Da postest du. Wenn der bei uns mitfahren will, kann der mitfahren in der Bloody-Presse auch. Nee, er fährt ja jetzt oben in einem anderen Team grad mit. Wenn der einen guten Clan sucht, kannst du ihn hier herholen. Ich hab ihn ja schon empfohlen, ich bin ja mit ihm in einer WhatsApp-Gruppe. Haha, Jenshoff! Der sucht einen guten Clan. Er sucht auf jeden Fall einen aktiven Clan. Aber da machen sie ja nichts mehr. Aktiv sind wir ja so ein bisschen. Ein paar jedenfalls. Okay, wir pushen dann gleich hier über die Achterreihe, klar. Die Loris hätte ich gerne hier rüber mit einem WZ. Gleich in den Bereich rein, gucken, ob wir aggressiv machen. Die anderen Heavys hier in dem Bereich. Mit dem WZ. Der Girlfriend, Jens hier vorne ran, zieh spotten. Lass die Scouts durch, lass die Scouts durch. Hä? Warum ist man eine Erklärung weg? Deine Erklärung? Lackierung. Achso. Abgeraschen. War bloß Kalk. Schlemmbreit oder so, Dreck. Die GF hat doch keine Ecke. Dort ist Standard Schwarz bei ihm. Das ist doch seine Tarnung. Ah ne, ich hatte so ein Mod drauf. Auf... ne ja. Ach so ein Skin-Mod, na ja. Ich hab alles gefunden. Können die Loris doch mal drauf schießen? Im Moment schießen die alle auf mich. Äh, da muss ich hier querschießen. Okay, Loris, abhauen. Die Z, abhauen, komm, hau ab. Hier ist 3, gas, 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 gas. Guck, dass er mit den ES3 hier mit rankommt. Hier mit rankommt, den Schießscharten, dass wir Feuer aufnehmen können. Das ist da hinten gebunden, sozusagen. Dann, äh, ich zieh mal weiter. Ja. Loris, versuchen komplett abzuhauen. Wenn ich komm... Bis hier hin, Daniel, oder? Ja, klar. Wenn ich komm... Die restliche Tiger II ist ab, hier mit oben nach hinten. Langsam auf dem T-34 anarbeiten. Ja, das möchte ich auch mal können mit dem T-34. Null Aim, abdrücken, Treffer. Das ist T-34. Das passt so wie ES3. Wieder voll eingeaimt, oder auf die Hüfte geschossen. Voll eingeaimt, kannst du vergessen. Triffst du beim X-Bot einfach oben hin drauf. Mai deja. helicopter ist weg. march! completely dead! the way… march! it if it… conquer… berlin! p자가ate of dominatums! Dominatus, Berlin is burning, denn ich bin auch noch mal hier runter anfahren. Ati, Schlag ist raus. Hat der ZDF rausgenommen, Ati, Schlag oder was? Ich bin noch drin. Der Boulder hat mich in die Kette gezogen, der 34 hat mich geflogen. Gut, Loris, können Sie sich gleich mal bereit machen zum Andrücken in den Bereich? Ich kann aber nicht mehr vorfahren, dann sterbe ich instant. Du fährst Richtung Mitte und machst Mitte auf. Loris, Andrück, gehst du da? Ja, Loris, Andrück, kommst du mit? So gucken, dass du vielleicht von Andreas den Platz übernimmst, seitlich da rein zu wichsen. Kurzen Weg über die Brücke, Fennig. Ich fahr mit den Loris unter den Limitern. So, IS-3 und die Fenner pushen jetzt auf der anderen Seite. Ja? Ja, ich will sehen. Mann, 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 Mann. Und Loris auf den GF, oder? Wirklich, wir machen einfach mal die Bereiche klären. Ich bin es ja hier nicht. Das Problem ist ja, wir haben noch nicht einen rausgenommen und nicht schon drei. Ich verstehe nicht, warum. Dass die drauf pushen, ist klar, aber dass die so schnell rausgenommen werden und dass wir mit drei Panzern rausnehmen. Ja, ihr müsst doch aber auch nicht schnüppeln. Da ist ja. Mann, Jens. Soll ich immer die H4 wegschmeißen. Wenn es nicht geht, dann sagt man das an. Der hat ein Fitzel von mir gesehen. Aber Fitzel reicht doch auch so, um Schaden an den zu machen. Ja, genau. Oh, Mann. Einfach gut. Ja, die beiden bleiben zurück mit der Richtung Mitte. Albern. Ja, ich bin noch drei Schuss. Habt ihr die Schürzen? Ja, die Schürzen. Ja, die Schürzen. Ja, sie wollen auch für sich hier alle knapp. Fahr zurück und versuch den GF erstmal rauszunehmen. Nein, ich bin gleich bei dir. Vielen Dank. Naal. Ja, ich hab hier! Das war ja! Er geht hier weiter, in dem Bereich, mit dem Eddy. Oder versuch dir noch ein bisschen zu helfen. Und jetzt lad nach, scheiß Marie. Ramin doch. Gut, Hermann, geh außenrum. Das gibt's nicht. Sorry. Das ist das. Wir bouncen. Die kommen durch. Das ist immer ein Problem. Wir haben das Problem. Der T-34 fährt hoch, guckt grob in meine Richtung, drückt ab, drin. Bis. Achso, übrigens was ich noch so sagen wollte. Ich habe heute bei der Facebook-WOT-Gruppe vom neuen Mod erfahren, den manche herausgefunden haben. Der zeigt einem genau an, wie man anfahren muss, um auf den Berg zu kommen. Gilt aber auch schon als illegaler Mod. Schon gleich vom Wargaming geklärt worden. Nur, falls sich manche wundern, wie denn so, ich sag mal, voll Plinsen auf den Berg oder so hochkommt. Es gibt einen Mod, der einem genau, so eine Linie ist dann sozusagen vor einem aufgemalt. Ja, Hermie, ich habe umgestellt auf Defender. Soll ich trotzdem bei Lori bleiben, Daniel? Ich habe wohl noch eine Lorraine, wenn man das hier braucht. Soll ich auf Lorraine? Aber Bernd, ich habe es eben gerade versucht, ihn zu rammen, aber der WZ ist wendiger als die Lori. Ja, ich habe das nicht gesehen, deswegen 23 Mann war gegen. Ja, ich habe ihn ja schon für 200 Gramm gehabt. War immer jetzt durchgeklappt. Du bist nur rückwärts gefahren und bist einmal vorwärts gegangen. Ja, da werde ich angefahren. Aber das war auch unfair, die waren da oben zu zweit, wo ich da bekam plötzlich. Ich hätte eigentlich nur mit dem eingerechnet, den hätte ich irgendwie geschafft. Na los, lass mich jetzt gewinnen hier, ey. Ich will endlich meine 134.000 Punkte haben. Ja, wir haben ja auch schon gewünscht. Ja, da hatte ich aber einen BZ noch. Ja, gewinnt. Merkst du was? Merkst du was? Und wir verlieren laufend, so was es ist. Also, wir haben nicht laufend verloren. Ne, doch. Haben wir jetzt verloren? Haben wir davon verloren? Haben wir davon verloren? Ja. Nein. Drei. Drei, vielleicht haben wir gerade verloren. Naja, das war ich doch. Drei Stück. In Boho. Drei. Boho. Drei. Drei haben wir davon. Drei. 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 WZ hinter dir Andreas. Drei. Drei. Überleg ich mal, wir drücken da rum und den Heavys und kriegen gerade mal zwei Heavys raus. Ich habe ja mal geschossen. Ich wollte zwei Maschinen. Auch die Schlag hat mich vollgetroffen. Ja, aber der T26E5 ist noch nicht mal tot und der Chrysler ist schon auf halbes Leben. Kein Fokusfeuer, das ist null. Nicht das, was wir kennen. Also oben bei Hermes haben wir es versucht, Daniel. Liebt aber nur beim Versuch. Das waren aber 6 gegen 3 oder so. Bei den Heavys auch mal, da waren es dann 6 gegen 5 oder... Ja, aber irgendwie muss es ja funktionieren. Also 6 gegen 5 von denen haben die mit 12 gespielt. Bernd und ich haben gerade nur von dem Meets gesprochen. Ich habe nur von dem Meets gesprochen. Und wir haben sie halt wirklich zweimal den Amorek gezogen. Der erste gegen das Amorek bei mir, ja. Der GF ist da aufgefahren, das Amorek. Weißt du, das ist so ärgerlich. Du hast den Finisher drinnen, liest noch zwei Sekunden, bumm, kriegst du den Amorek. Dann sind es wieder 10. Dann reparierst du, bumm, wieder weg. Du kriegst den fucking Schuss nicht raus, ey. Das ist so super. Okay, jetzt hau mit dem Mediums jetzt hier an mit den Lights. Heavys in der Mitte. Du willst mit IS-3 und Defender-Sniper? Oh. Kann das, ja. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Jetzt reicht's raus, oder? Jetzt reicht's raus mit Lights. Gut. Was haben die für einen Clan-Tot? Ah, eh, 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 oh. Ja. Was ist das im Premiums? Das sehe ich nicht. Die Kackerer macht nicht so schnell, die Liris hängen ein bisschen hinterher. Ja, hier ist es. Ich check mal die Käpt'n oben auf dem Hell oder so. Ich guck gleich mal. Panther gehen links. Stoppt mit euren Heavys auf die rechte Seite. Die Mediums sind auch rechts. Pilot steht. Stand. Hat die repariert. Steht wieder. Ich will mich raten. IS-3 auf der linken Seite ist geplatzt. Panic, versuch dich jetzt bitte nach rechts zu ziehen. Ah, die Schlagbar. Die Liris gehen durch. Evys ziehen sich bitte jetzt komplett zurück. Das ist gut, die müssen wir rausnehmen. Warum? Ja, das kann ja WZ und die Lorry machen. Der Girlfriend, die andere Lorry fährt durch, um die Leib zu holen. Der Girlfriend geht ins Käpt'n. Daniel. Das siegt rein ins Käpt'n, ja. Es ist ein Verzeichner. Reload. Oah, was ist denn? Oh nein! Die 28 ist abgelenkt von mir Packer du kannst nur umfahren Aber neben ihn schon Ey mach den raus, was soll denn das? Packer neben ihn schon Ich hab noch 10 Sekunden, ne 5 Sekunden Reload Einen Schuss hab ich noch T-44, Kerkara Ich fahr auf den T-44 Einen Schuss hab ich noch Fauf hinter dir Ich bin noch ein Gut, Kerkara sofort ins Kapp Manche versuchen noch ein bisschen zu schnipern auf dem Pilot oder so Ich hab ein Reload Ja, dann stell dich vernünftig hin, dass du nicht abgeschossen hast. Bernd, stell dich links von mir hin, dass er mich nicht treffen könnte. Nicht ran! Das ist doch recht! Das andere links, Bernd! Das andere links! Wie du... Na jotz sei Dank, boah! Und welches, das kann nicht sein! Echt! Deswegen habe ich mich doch auf die Seite gestorben. Nee, links! Von rechts kommen sie nicht schießen! Na doch, was meinst du, was mich da oben getroffen hat, von rechts? Ah! Verdammt! Guck auf die Karte, die können nicht da schießen! Müssen da ran fahren, um in das Haus zu schießen! Da ist ne Hausseil! Boah! Aber auf der linken Seite sind die Fahrzeuge gekommen und da ist er offen! Und von da wurde er auch gesettelt! Deswegen sagt er dir ja auch, bitte stell dich links hin! Ach Leute, echt! Und... Leute, wir haben im Vorstoß! Ich weiß nicht, das ist das, warum sich die Leute noch so viel aufkriegen! Im Vorstoß! Jetzt fahren wir unsere Heavis in die Mitte an und unsere Leits nach rechts außen, wenn wir unten starten! Das habe ich jetzt auch gemacht! Warum stehen denn Heavis links am Berg? Ihr kriegt keinen Support! Müll! Gar nichts! Habt ihr da! Was soll das? Ach, echt? Wir müssen das nicht gewinnen. Also Leute, es bringt nichts. Warum fahrt ihr bitte links an? Warum? Hat keiner gesagt, links am Berg. Ich habe gesagt, mittig am Berg. Und dann bleiben wir vor dem Berg stehen. Warum? Unsere Scouts sind rechts. Und dann arbeiten wir mit den Heavis auch rechts vom Berg. Ist doch ein logisches Prinzip, oder nicht? Wow, vielleicht noch ein Ersatzfahrer. Mach das schon selber. User joined your channel. Hast du ja Ersatz gefunden? Nee. Warum nicht? Weil keiner reagiert hat. Ah. User left your channel. Stimmen später. Dann wird es oben eingeschrieben. Dann wird es oben eingeschrieben. Ach, der ist gerade jetzt bei dem. Also der Heins. Gut. Wir fahren auf der Heins. Gut. User left her channel User joined her channel User joined her channel User joined her channel I don't want to wait for me Have you seen another green one? No, you don't have one You have one with me today No, you don't want to wait for me That's just the facts Hold on, you little dick Right, Daniel? Well, you don't want to wait for me You don't want to wait for me Because I'm not a little I'm not a little I'll tell you den Supercover abgibt, der andere GF, oder der andere Scout an sich, hier vorne anfahren, an den Hügel. Gestern ist schon wieder einer hier vorne gestorben, total sinnfrei, hier an den Hügel. Ich hab noch immer alle Pitche im Korn, wenn's ich. Alles weg. Ich hab was gefunden. Es hat mich aber nicht gefunden. Jetzt haut's ab, wenn's scheint's alleine, sondern ich fahr mal vorne an den Hügel, bleibt mal hinten. Das Gelände ist völlig feindfrei hier, glaube ich. Bei Pink, St. Green's, Youngman-A-Send to die in war. Polizierige! Die Schuhe! Kommst dann weg, nicht mal offen. Wer hat ab ins Cap los, die Lorenz nachrücken. phải hirn hinten. Jens mit nachziehen, Heavys unten bleiben, Grabenfüsse kassieren, ja, die kommen schon Alena. Alle drei ins Cap Daniel oder nur durchziehen die Loris? Loris können ja mit ranziehen, eine Loris kann mit ins Cap, das ist nur Emil Zett, der euch da mal Sorgen machen könnte. Und dann stellt du dich mit ins Cap. Ihr könnt alles rein Cap, der WZ ist glaube ich mit dir. Danach ist er nicht woanders auch egal, aber der wird schon rumgefahren sein. Da ist der WZ. Der ist er. Wenn wir jetzt gleich umdrehen, pushen wir mit den Löwen rechte Seite. Ist gut, wenn er nur mich aufmacht. Ich denke, er hat mich da. Wir pushen jetzt, so go. Komm jetzt mit rüber. E6 E5. Ben, pass auf, dass du dich nicht zu kappen. Hier ist 3 rechts. Jetzt bin ich offen. Bleibt noch drin, Bernd. Das war die falsche Chance. A-Mix. Los, den WZ. A-Mix. Hier ist 3. Los, den WZ. 3. Beide zusammen drauf. Erstes Kerkara, dann Ik. Da bin ich in den WZ. ...Ansätze. Ein давieriger 대화.- Ja, riersun. Das hätte ja klappen können. Bernd, hast du Bock auf den Top des Tages, oder was? Nein, ich wollte zielen und hab die Rückwärts-Taste gedrückt, das muss man sehen. Ruck, dass der Tiger-2 mit dem IRS noch den Löwen rauskriegt zusammen. Ruck, du musst zurückfahren wegen den Cap Reset. Das ist ein Voller IRS-Reihe. Wer hält sich mir hin zu voll? Das ist ein Voller IRS-Reihe. Das ist ein Voller IRS-Reihe. Das ist schon... Ja, der Cap Reset ist ja so. Okay, so passen das hier vom VZ nicht nach rechts. Geh mal lieber links in die Base Hinder. Querschläger beim VZ, ja. Geh mal lieber links in die Base Hinder. Geh mal lieber links in die Base Hinder. Das war's für heute. Lohr ist wieder auf Heavy wechseln, Daniel, oder? Boah, besser ist das. Hörst du noch einen zweiten Löwen oder Objekt? Hörst du jetzt sein letztes Spiel, oder? Hörst du. Nö, und was kommt's wieder hin? Hörst du nicht, was ist das Problem? Ach, auf jeden Fall. Oh, die Leute auch so schnell ab wieder. Wir arbeiten doch mal. Bye. Nö, und was kommt's. Wir fahren jetzt gleich heran, gucken, dass wir in dem Bereich kriegen und dann den Beschuss kriegen. Die Heavys versuchen gleich hier vorne herzudrücken, dass wir gleich hier draufgehen mit den Heavys. Alle Heavys da hin Alle Heavys da hin, das sieht schon mal gut aus Was ist der Tiger II so lange? Ja Sorry Und rumdrücken Komm, drückt da rum Den fahr ich vor, wenn ihr euch nicht traut Er hat Panta geschossen Recht Er hat sich nicht getraut rumzudrücken Konzentrisen, Fokusfeuer Einen rausnehmen Ja, ich prob im nächsten Mh 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 Disconnected from your terror. Boah, wie das aussieht, wenn du in die andere Abteilung reinguckst mit der persönlichen Wertung. 6.500, 6.500, 6.500, 4.200, 3.500, 10.200. Äh, äh, äh... Untertitelung des ZDF, 2020 So, gut, dann mache ich den Stream jetzt aus Vielen Dank fürs Zuschauen, hat mich gefreut, dass heute mal ein paar mehr zugeschaut haben Und euch noch einen schönen Abend und auf jeden Fall gut Schuss